hallo berlin hallo kollegen heute ein ganz besonderer fall auch was ganz seltenes ich musste mir heute hilfe holen und zwar geht es um die pharao ameise da gibt es nur einen und zwar den doktor oliver zompo bekannt aus kabel 1 sendung achtung kontrolle hier ist er so wie wir gehen mal rein in die wohnung und gucken was da los ist und auch wo vegan draufsteht muss unbedingt nur vegan drin aber hier ist nicht schön warm ich hätte das einfach im haushalt habe ich ausgeräumt aber ganz nest die lokalität hier ist absolut perfekt wir haben den herd wir haben verschiedene geräte die wasserdampf also feuchtigkeit produzieren der herd bringt werne wir haben hier ein C-Randfeld wo wir kaum runter gucken können irgendwelche krümel fallen als futter sowieso mal an dann haben wir hier noch weitere elektrogeräte und hier noch die ganze beuleanlage wieder alles schöne stromkabel verbunden und abgetrennte bereiche glück haben die laufen immer so in phasen dann haben wir jetzt zwar gerade keine es kann aber ein paar minuten alles anders aussehen und dann haben wir die wirklich nur in einen begrenzten bereich dann kriegt man sie dann schnell weg sind ausgelegt so und schauen wir mal wie es klappt ja fertig ja herr doktor so packen wir mal zusammen ja wir sind auch hier jetzt fertig geworden oliver zompro musste leider auch schon weg machen nächste woche eine kontrolle und dann schauen wir mal was daraus geworden ist